Hi, ich bin Anita und heute zeige ich euch, wie euch eine gleichmäßige Raumausleuchtung gelingt. Als allererstes solltet ihr beachten, dass unterschiedliche Räume unterschiedliches Licht benötigen. In der Küche oder auch im Badezimmer solltet ihr mehr Licht einsetzen als im normalen Wohnraum. Im Flur ist ebenfalls weniger nötig. Hinzu kommt, dass natürlich hell eingerichtete Räume weniger Licht benötigen als dunkle, um die gleiche Helligkeit zu erzeugen. Es gibt viele Faktoren zu beachten, aber durch die langjährigen Erfahrungen durch die Kollegen von Paumann gibt es Mittelwerte, an denen ihr euch orientieren könnt. Lumen dient hier als Maßeinheit und ist der entscheidende Wert für die Helligkeit eines Leuchtmittels. Für Wohnraum empfehlen wir 100 Lumen pro Quadratmeter. Für Küche und Bad 300 Lumen pro Quadratmeter. Multipliziert also einfach die Quadratmeterzahl eures Raumes mit dem empfohlenen Lumenwert. So erhaltet ihr die benötigte Gesamtlumen, um eine gute Ausleuchtung zu erzielen. Für eine Grundbeleuchtung eignen sich übrigens LED Einbauleuchten besonders gut. Helligkeit hat aber auch viel mit dem eigenen Empfinden zu tun. Wer es nicht so hell haben möchte oder die Helligkeit selbst bestimmen will, sollte dimmbare Leuchten nutzen. Hier gibt es stufenlos dimmbare Modelle und Leuchten, mit denen schon vorhandene Lichtschalter in verschiedenen Helligkeitsstufen geschaltet werden können. Beachtet auch die Lichtfarbe. Bläulich kühles Licht wird meist als heller, aber nicht ganz zu gemütlich wahrgenommen. Versucht euch einfach daran zu orientieren, dann kann nicht viel schief gehen. Weitere Lichtquellen lassen sich natürlich problemlos dazu kombinieren. Wenn ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Eure Anita